Hector? Hector? Was soll denn das? Hey, dann räumst du jetzt auf und ich geh los. Oh nein! Bald ist wieder Weihnachten. Du weißt, der Nikolaus kommt. Und kaum ist er weg, kommt Oma. Was für ein Zufall. Und ein neues Abenteuer kann beginnen. Mist! Ich finde, Leon könnte eine Lektion vertragen. Ich könnte doch mit Hilfe des Hexenbuchs diesen Knecht Ruprecht herbeizaubern. Der Kinderbestrafe? Ja, genau. Da kann alles Mögliche passieren. Hier müsste eine mächtige Hexe sein. Eher eine unvorsichtige, dumme Hexe. Nach der erfolgreichen Buchvorlage von Knister. Das ist gar nicht der Nikolaus! Michael Mittermeier spricht den Drachen Hector. Du darfst ihn auf keinen Fall gehen lassen. Hast du die Beulenpickel auf seiner Stirn gesehen? Ja, ich weiß. Ich hab ihn hergezaubert. Hey! Und jetzt kriege ich ihn aber nicht wieder in seine Zeit zurück. Ich hab's dir gesagt. Hörne auf der Stirn! Ich hab einen Plan. Wer seid ihr? Wachen! Hörner! 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 Hörner schuld! Kannst du denn unten deine Möhre nicht leise knapper, du Langohrrater? Hörner! Hast du was damit zu tun? Aber nein. Hexe Lilly rettet Weihnachten. Schau nicht zu gierig. Das ist meine Nutration. Hey, wag es nicht. Ab 9. November nur im Kino.